Jo, hallo Leute, hier ist mal wieder euer Konrad mit einem Magic Video. Heute zu Chullin, the Teller of Tales, ein legendärer Mensch-Druide für 5 Mana, 3 davon grün, weiß und blau, 2, 4 mit Vigilance, also Wachsamkeit. Und der Fähigkeit, wenn er 3 Mana bezahlt, kann er eine Kreatur, die man selber kontrolliert, wieder zurück auf die Hand nehmen. Aber die wichtigste Fähigkeit, um die wir unser Deck drumrum bauen, ist diese in der Mitte. Immer wenn du ein Kreaturen-Spell castest, darfst du eine Karte ziehen und dann darfst du eine Landkarte aus der Hand auf das Spielfeld bringen. Bringt also sehr viel Value, ist also sehr gut fürs späte Spiel. Wir hatten ja schon mal einen guten Band-Commander, den Laservogel, der Derewi, der eher so fürs frühe Spiel ist. Wenn ihr sagt, ich will gerne Stacks spielen, mache ich auch gerne, aber viele Gegner mögen das nicht. Außerdem hat der Laservogel den Nachteil, wenn einmal alles zerstört wird, wenn der Board Vibe doch mal durchkommt, dann fällt es sehr schwer, wieder aufzubauen. Dann sitzt man da eine Stunde nur da und kann nichts machen. Und der Chuln, der ist ganz anders. Der ist also wirklich gut zum Wiederaufbau, gut für diese langen, interaktiven Spiele, wenn ihr darauf Lust habt. Wenn ihr also ein Kreaturen-lastiges Deck spielen wollt, was sehr gut ins Late Game geht, dann kann ich euch diesen Chuln in dieser Farbkombination sehr empfehlen. Hat auch eine gewisse Flexibilität, aber was natürlich feststeht, es muss ein Kreaturen-lastiges Deck sein. Also wenn ihr nur mit Artefakten spielen wollt, gibt es natürlich wesentlich bessere Commander. Aber ja, ich zeige euch einfach mal, wie ich das Deck gebaut habe und dann könnt ihr auch selber entscheiden, wie ihr das dann anpasst. Wichtig ist natürlich erstmal das Mana. Fünf Mana ist schon relativ viel für einen Commander, da zwei davon farblos sind. Sind also Solring und Mana Crypt, wie fast immer, da sehr, sehr gut. Wir haben Carpet of Flowers. Fast in jeder Runde ist jemand dabei, der mindestens eine Insel im Spiel hat. Oft kriegt man da auch wesentlich mehr Mana raus. Das Mana ist sogar farbig, also für dieses eine grüne Mana. Ich spiele den Carpet of Flowers in allen meinen grünen Decks. Dann haben wir Earthcraft. Ist jetzt nicht so die Standard-Ramp-Karte, wenn man die denn als Ramp bezeichnen will. Sie hilft mit den ganzen Kreaturen zusammen, da schneller den Chuln rauszubekommen. Und wenn er einmal da ist, dann auch die Fähigkeit immer wieder und wieder auszulösen hat. Also ein gewisses Kombo-Potenzial. Und sie rampt euch auch. Wir haben auch einiges an Basic-Ländern im Deck. Er hat ja nur drei Farben, bietet sich hier also stark an. Und in letzter Zeit bin ich sehr stark beeindruckt von Smothering Tide. Denn fast immer hat der Spieler, der diese Karte hat, so, so viel Mana am Ende. Und dieses Deck ist sehr Mana-hungrig. Passt also wie die Faust aufs Auge hier zu diesem Chuln-Deck. Und dann haben wir natürlich vor allem Mana-Dorks. Wir spielen also nicht so viele Nicht-Kreaturen-Mana-Quellen, sondern vor allem Kreaturen. Sehr, sehr praktisch sind diese, die mehr als ein Mana generieren. Denn dann habt ihr ein ziemlich gutes Setup mit nur einer oder zwei Karten. Zum Beispiel den Blumentender. Wenn ihr den Runde vier spielt, könnt ihr in Runde fünf den Chuln spielen und dann sofort hinterher die Karten spielen. Der Chuln funktioniert also nicht ganz so wie Narset. Bei Narset ist es ja eher so, man will von Zug, beziehungsweise von drei Mana auf sechs Mana springen. Man orientiert sich also so auch am Ramp. Das soll also maximal drei Kosten und zwei oder drei Mana geben. Und hier ist es aber so, dass man, wenn der Chuln draußen ist, auch noch Mana kommt. Noch mal Mana braucht. Bei Narset ist es also so, schnell auf die sechs Mana kommen. Danach brauche ich überhaupt kein Mana mehr. Bei dem Chuln ist es eher so, okay, vielleicht lieber noch eine Runde warten, bis ich das ein bisschen gesichert habe, ein bisschen mehr Setup, bis ich hier mehr Kreaturen-Mana am Start habe. Es muss nicht nur fünf sein, es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Hilft dann sehr, mit dem Chuln dann auch weiterzumachen. Es reicht also nicht nur, den da stehen zu lassen und anzugreifen wie bei Narset, sondern es ist dann auch wichtig, wie es dann weitergeht. Und deswegen haben wir den Blumentender, den Februar Elder. Muss man nicht unbedingt haben, ist ja ein Mana teurer und das Plus-Eins, Plus-Eins ist uns relativ egal. Aber gut, ab und zu wird es vielleicht auch mal relevant. Yuraga Tree Speaker kann man leveln, wenn man mal zwischendurch Zeit hat und dann macht er immerhin zwei Mana. Die letzte, also Level 5, ist mir jetzt noch nie passiert, aber es lohnt sich halt trotzdem gerade so. Kann man aber auch weglassen. Lotus Cobra ist sehr praktisch, vor allem wenn man sehr viele Fetchlands hat. Wenn ihr sagt, okay, ich packe hier alle neuen Fetchlands in das Deck, wird sich das sehr lohnen. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt gar kein Fetchland, ist kein Problem. Das Deck kann gut mit Basics umgehen, aber wenn ihr überhaupt keine Fetchland habt, weiß ich nicht. Kann man trotzdem probieren mit der Lotus Cobra. Und Priest of Titania, wir haben ja viele Elfen, ihr seht hier schon welche, auf der nächsten Seite geht es ja nochmal weiter. Ist also auch so ein Artstar in dieser Art Deck. Wir haben die Mana Dogs, die nur ein Mana kosten. Natürlich wie immer Runde 1, guter Mana Boost. Wenn ihr aber zum Beispiel Runde 3, 4 seid, dann könnt ihr euch auch sagen, okay, vielleicht lasse ich die lieber auf der Hand und spiele die dann aus, wenn der Chul schon im Spiel ist. Also lieber diese Mana Quellen zuerst spielen und diese dann später. Und das gefällt mir sehr gut an dem Kartendesign von Chuln, dass man hier auch im späten Spiel mit den Mana Dogs, die wenig kosten, was anfangen kann. Normalerweise ist es ja so, man muss sich überlegen, baue ich jetzt sehr, sehr viele Mana Dogs in mein Deck ein, dann ist es gut im frühen Spiel. Wenn aber alles weggebombt wird, alle spielen zehnmal hintereinander, Cyclonic Rift, ihr seid hier schon eine zweite oder dritte Stunde, keiner mehr hat irgendwelche Karten auf der Hand. Und ja, ihr habt einen Haufen Länder und dann hoffst du, ja, ich möchte jetzt hier eine Consecrated Sphinx ziehen oder irgendwas, dass ich mich hier wieder hocharbeiten kann, dass ich irgendwie wieder rauskomme. Und dann zieht man Lanova 11, das nutzt mir jetzt überhaupt nichts. Aber nicht so bei dem Chuln, da ist es so, ihr könnt also die Mana Dogs sowohl im Early Game sehr gut anbringen, als auch später im Mid Game und im Late Game. Also die sind für mich absolut Pflicht. Okay, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht proxen, dann lohnt es sich natürlich jetzt auch nicht, die 30, 20 Euro für den Noble Hayark rauszugeben. Aber der Rest kostet ja auch nicht viel. Also Bird of Paradise richtig gut. Deathrite Charming kann man leider nicht spielen in dem Deck, wegen der Farbidentität. Aber wir haben Bird of Paradise Noble Hayark für die drei Farben und wir haben noch die einfarbigen Mana Dogs. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch hier den Boreal Druiden reinnehmen, der ein farbloses Mana macht. Habe ich jetzt aber wieder weggelassen, muss man nicht unbedingt. So, aber es wird ja nicht immer so toll laufen, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Das Ideale ist natürlich, man spielt den Chuln, spielt die Kreaturen, zieht Karten, spielt Länder aus und so weiter und so weiter. Und man kriegt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber normalerweise gucken die Leute ja nicht nur zu, was ihr so macht, sondern die versuchen euch ja auch aufzuhalten. Und so, und das ist jetzt wichtig für die Planung des Decks, wenn ich überlege, okay, was stört mich denn jetzt? Womit wird der Gegner mich jetzt aufhalten? Und das ist relativ viel, denn der Chuln kostet ja fünf Mana. Bis dahin wird schon ziemlich viel bereit sein. Die Gegner haben auf den Karten gesehen, die Gegner haben genug Mana, um alles mögliche an Antworten anzubringen. Welche sind denn da besonders relevant? Also worauf müsst ihr da achten und was müsst ihr mit einplanen, wenn ihr das Deck bastelt? Ja, das sind erstmal Counterspells. Ihr versucht den Chuln rauszubringen. Fünf Mana ist ein ziemlich großes Investment. Mit Command-Tags kostet er danach dann schon wieder sieben. Deswegen ist es also ziemlich gefährlich, wenn der euch weggecountert wird. Bei Force of Will kann man natürlich nicht so viel dagegen machen, wenn man sieht, okay, alle sind ausgetappt. Man muss es halt einfach probieren, sonst kommt man ja nie dazu. Und wenn dann aus der Ecke der Force of Will kommt, ist also ein Problem für uns. Mana Drain auch, das beschleunigt den Gegner, der zum Beispiel den Chuln countert, auch ungemein nochmal fünf Mana zu haben. Selbst der Counterspell alleine, der schmerzt auch schon. Und selbst wenn eure Gegner alle keinen Blau spielen, sondern nur Rot und da hat einer ein Gebirge offen, kann ja immer noch der Pyroblast kommen. So, also das Erste, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, sind die Counterspells. Und als Zweites dann das Spot Removal, das meistens Instant ist, zum Beispiel Swords to Blow Shares und Assassin's Trophy. Dabei ist wichtig zu wissen, oder wichtig, äh doch, wichtig zu wissen, dass ihr ja, wenn ihr den Chuln castet, Priorität behalten könnt. Und dann könnt ihr sofort eine Kreatur hinterher casten. Ihr habt also einen Trigger schon mal sicher. Wenn ihr also den Chuln spielt und ihr spielt eine Kreatur, dann selbst wenn als Reaktion der Chuln getötet wird, bekommt ihr immer noch den Trigger. Wenn ihr noch eine Flash-Kreatur habt, dann könnt ihr auch die Non-Flash-Kreatur zuerst spielen. Wenn dann das Removal vom Gegner kommt, könnt ihr als Reaktion immer noch die Flash-Kreatur spielen und dann habt ihr immerhin zwei Trigger bekommen. Das ist also das Gute an dem Chuln, okay, der ist langsam, der kommt spät, die Gegner haben sicher irgendeine Antwort, aber wenn es wenigstens kein Counter ist, sondern Removal, dann habt ihr wenigstens ein bisschen Value bekommen. Ihr habt ein paar Karten gezogen, vielleicht ein paar Länder ins Spiel gebracht und dann könnt ihr mit diesen Extraländern vielleicht auch relativ bald den Chuln auch wieder rausbringen. Ja, noch gemeiner sind natürlich dann die Board-Vibes, die kosten aber normalerweise etwas mehr und sind auch meistens Sorceries mit Ausnahme vom Fire Covenant und vielleicht noch Cyclonic Rift. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr den Chuln nicht einfach so aufs Board packt. Wenn ihr da nicht weiterspielen könnt, dann spielt erstmal was anderes und spielt den Chuln dann später, wenn ihr direkt ein Follow-Up habt. Also wenn ihr direkt Mana und Karten-Kreaturen habt, die ihr dann auch spielen könnt, denn die Chance ist schon relativ niedrig, dass da die ganze Runde rum einfach stehen bleibt und nichts passiert. Ja, Board-Vibes können euch natürlich alle Kreaturen zerstören und von denen habt ihr relativ viele. Ich habe so um die 30 im Deck. Und dann gibt es auch noch Permanents, die euch ziemliche Probleme bereiten, allen voran die Humility. Deswegen baue ich in meine kreaturenlastigen Decks auch immer Verzauberungszerstörung rein. Man kann sich natürlich auch hinstellen und sagen, hm, okay, das wird schon nicht passieren. Ich baue lieber hier meine Consecrated Sphinx und meinen Wurmcoil Engine rein. Das bringt mir mehr an den Spielen, wo die Humility nicht da liegt. Oder sowas wie Reclamation Sage, das leider nicht gegen Humility funktioniert, aber gegen so ziemlich alle anderen Verzauberungen. Könnt ihr machen, aber dann könnt ihr euch halt auch nicht beschweren, wenn dann doch die Humility kommt. Das müsst ihr euch also selber ausdenken, was euch wichtiger ist. Ich persönlich bin ja lieber auf der sicheren Seite und nehme sowas wie Nature's Claim rein, damit ich dann wenigstens irgendeinen Out habe gegen die Humility, die bei euch halt so ziemlich alles abstellt. Ja, auch störend, nicht ganz so fies, aber trotzdem störend sind Rule-of-Law-Effekte, also Karten, die sagen, ihr könnt nur einen Spruch pro Runde spielen. Die Idee ist ja eher, dass man viele kleine Sachen in einer Runde spielt und nicht im Gegnerzug verteilt oder mal eine große Sache. Das Tabernakel at Pendlewell, das kann auch stören. Und L.S. Schnorn, Massaker Wurm können euch auch ziemlich stark zusetzen. Ihr kriegt zwar noch die Trigger, aber trotzdem ist es ja besser, wenn man die kleinen Kreaturen dann noch für die nächste Runde da hat und auch um in bestimmte Kombos zu gehen. Und der Massaker Wurm hat halt auch das Problem, dass man sehr, sehr viel Leben dadurch verlieren kann. Und das kann auch sehr schnell gefährlich werden. Und im Gegensatz zu Removal, bei dem man den Commander wenigstens nochmal neu ausspielen kann, hat man bei permanenten Antworten, wie zum Beispiel Oko, die die Kreaturen Fähigkeiten entfernen, hat man es viel schwerer, den Schulden wieder aktiv zu bekommen. Das ist also auch sehr, sehr störend. Ja, was machen wir dagegen? Wir haben natürlich unsere eigenen Counterspells, die sind sehr flexibel. Wir können die Gegner am Gewinn hindern. Wir sind ja ein langsames Deck. Wenn der Gegner also sehr, sehr schnell versucht zu gewinnen mit irgendeiner Kombo zum Beispiel, dann haben wir unsere eigenen Counterspells. Force of Will ist sehr, sehr praktisch für das Deck, der wir uns sehr oft austappen. Gerade wenn wir den Schulden spielen, spielen wir so lange kleine Kreaturen und ziehen Karten, bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Und dann sind wir halt sehr, sehr verwundbar und dann hilft der Force of Will sehr stark. Mana Drain ist eher so ein Ramp-Counter-Spell. Ihr könnt also vorher irgendwas countern und dann habt ihr einen Haufen Mana, um in dem Schulden-Turn dann direkt viel mehr machen zu können. Selbst der normale Counterspell ist für mich immer noch gut genug, um den mit reinzunehmen, auch wenn zwei blaue Mana manchmal schwierig wird. Negate, die meisten Sachen, die euch stören, sind keine Kreaturen, also für nur zwei Mana immer noch nützlich. Und Mental Misstep, das kommt so ein bisschen darauf an, was die Gegner bei euch so spielen. Je kompetitiver das wird, desto häufiger werden oft Ein-Manner-Sachen gespielt und dann kann der Mental Misstep schon sehr spielentscheidend sein gegen sowas wie Swords to Blow Shares oder Pyroblast. Oder auch um irgendwelche Counter-Fights zu gewinnen. Swansong ist auch sehr gut, weil euch der Schwan eigentlich nur sehr wenig stört. Und Vale of Summer, so eine neue Karte, die auch ziemlich gut ist, einfach da ihr auch eine Karte zieht und dann könnt ihr euch auch ein bisschen absichern gegen einige Sachen. Selbst gegen uncounterbare Sachen hilft trotzdem das Hex-Proof vom Vale of Summer. Und dadurch, dass ihr halt auch eine Karte zieht, habt ihr ja nicht mal einen Kartennachteil. Ja, dann haben wir auch unser eigenes Kreator Removal gegen Sachen wie den Massaker Worm. Wir haben Swords to Blow Shares und Path to Exile. Und Kreaturen übernehmen ist ja auch immer gut. Gilded Drake und Treachery habe ich jetzt hier reingenommen. Je nachdem, ob ihr das eher jetzt super kompetitiv oder eher casual spielen wollt. In so casual Spielen hat man halt eher doch genug Mana. Und da man sowieso plant, auf 5 Mana zu kommen für den Schulden, kann man ja auch die 5 Mana für die Treachery ausgeben. Und wenn ihr also so einen Meter habt wie ich, wo die Gegner sehr gerne Eldrasis oder andere große Kreaturen spielen, dann ist die Treachery schon extrem stark, da ihr die Kreatur übernehmt. Also der Gegner verliert die Kreatur, ihr bekommt die Kreatur und ihr enttappt auch noch Lenders, also Mana neutral. In solchen Fällen ist sie also sehr, sehr stark. Und ich probiere jetzt hier auch nochmal Wins of Abandon aus, damit ich auch in Kreaturen-lastigen Metas ein Mass Removal habe, zusätzlich zu Cryptic Command, das aber selber die Kreaturen nicht zerstört. Das will man in dem Deck eher nicht haben. Und dann haben wir hier noch so allgemeines Removal gegen alles mögliche. Wir haben Bounce mit Cyclonic Rift. Man hat viel Mana an dem Deck oder plant das zumindest, dann kann man auch mal das Cyclonic Rift overloaden. Wir haben den Brazen Borr, der ist auch sehr gut in dem Deck, da wir den einerseits als Kreatur casten können, um den Schulden auszunutzen, die Fähigkeit auszulösen. Wir haben die Diebesfähigkeit, um was Störendes zu bouncen. Und zum Beispiel eine Humility müsste eigentlich gehen, soweit ich das mit den Regeln verstehe, von diesen Split-Karten. Und wir können ihn ja auch spielen. Mit der letzten Schuldenfähigkeit, also 3 Mana bezahlen, tappen und Kreatur hochnehmen, können wir den Brazen Borr auch wieder auf die Hand nehmen und dann können wir das wieder ausspielen mit dem Adventure. Da kann man also auch mehrfach Sachen bouncen. Dann haben wir Nature's Claim, wie gesagt, gegen Sachen wie Humility, kostet nur ein grünes Mana. Aura Shards ist auch so ein Out to Humility und allgemein gut. Also wenn ihr lange Spiele habt und ein kreaturenlastiges Deck, ich spiele einfach immer sehr gerne die Aura Shards dazu. Reclamation Sight gegen alle Nicht-Humility Enchantments und Artefakte. Könnt ihr ja auch zur Not mit dem Schulden nochmal hochbouncen und nochmal neu ausspielen, um mehrere störende Artefakte und Verzaugungen zu zerstören. Und wir spielen natürlich unseren eigenen Oko, um die gegnerischen großen Kreatoren, wie zum Beispiel Eldrazis, wenn er gegen sowas spielt, oder halt auch Commander. Also wenn der Gegner einen Zor spielt, sehr, sehr gutes Ziel, einfach zum Elch machen und dann wird es für den Gegner schwierig, diesen Commander erstmal wieder aktiv zu bekommen. So, dann haben wir noch ein paar Hate Cards, um die schnellen Decks einerseits auszubremsen und andererseits die Decks, die noch mehr Value generieren, als wir, die zum Beispiel über Friedhöfe operieren und dann die Sachen immer und immer wieder reanimieren und dann uns töten. Dadurch, dass wir selber sehr wenig Friedhofsbezug haben, können wir ruhig das Rest in Peace mit ins Deck nehmen und den Graf Digger's Cage. Containment Priest hat noch den Vorteil, dass es gleichzeitig auch noch eine Kreatur ist. Daffening Silence ist zwar eine Art Rule of Law Effekt, aber sehr, sehr wichtig ist, dass es sich eben nicht auf Kreaturen bezieht, passt also perfekt in unser Deck. Wir brauchen eigentlich meistens nur eine Nicht-Kreatur pro Runde, damit kommen wir sehr gut aus, aber dann sehr, sehr viele Kreaturen. Dann haben wir den Aven Mine Sensor, der ist eigentlich generell gut und in dem Deck doppelt, denn er hat Flash und er ist eine Kreatur. Und dann haben wir hier noch Mana Breach, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu früh spielt. Wenn man den Schulden noch nicht draußen hat, kann man sich also selber da sehr stark einschränken. Aber wenn man es richtig benutzt, dann kann man die Gegner einfach wesentlich mehr stören und es kann sogar einen Vorteil für einen selbst bringen, wenn man nicht genug Länder auf der Hand hat, dass man dann immer genug Länder hat, wenn man die kleinen Kreaturen spielt, um dann auch immer frisches Mana zu bekommen. Ja, wenn das aber nicht so ganz klappt, irgendwie wird alles zerstört, man interagiert mit den ganzen Sprüchen, man bekommt so ein bisschen raus, aber irgendwie haben alle viel Mana, aber keine Kreaturen mehr. Und man will sich irgendwie da aufbauen. Dann braucht man Card Draw. Da haben wir hier Mystic Vimora, Rhystic Study und Sylvan Library. Die sind hier so die Pflichtkarten eigentlich. Dann haben wir den Adrix, By Master of Tress. Den müsst ihr nicht unbedingt spielen. Ich finde ihn aber praktisch einerseits als Abwehr so halbwegs, dass die Gegner also eher nicht einen selber angreifen, sondern andere und dass man mit den vielen Mana Dorks auch noch zusätzlich Karten ziehen kann. Die Consecrated Sphinx ist auch eher, also diese Seite, alles was so über Mystic Vimora, Rhystic Study und Sylvan Library hinausgeht, ist jetzt ja eher so meine persönliche Anpassung. Da könnt ihr also auch was verändern. Aber ich finde die Consecrated Sphinx, gerade wenn es so halb casual ist, dann ist sie schon sehr, sehr nützlich. Einfach weil man oft dazu kommt, die sechs Mana anzusammeln und die dann auch eine Runde vielleicht stehen zu lassen und sich dann wieder aufzufüllen. Und dann kann man dann oft auch sehr gut so ein Comeback wiederbekommen. Tadjova, Benthic Druid, die ist schon sehr teuer mit fünf Mana. Andererseits aber gerade, wenn man viele Fettschländer hat, vielleicht noch eine Lotus, Cobra dazu und den Schulden, das alles zusammen, da generiert man schon sehr viel Card Advantage und man bekommt auch noch ein bisschen Leben dazu. Kann ja auch nochmal praktisch sein. Sun Titan, auch eher so eine persönliche Favoritenkarte von mir, wird ja zum Beispiel von Rest in Peace geblockt. Aber wenn man zum Beispiel einen Grafdigger's Cage hat, kann man ja trotzdem noch Verzauberungen oder Länder ins Spiel bringen. Und ja, ich mag einfach das Artwork und ich finde, das ist auch einfach gut zum Blocken und generell. Wenn das mit dem vielen kleinen Kreaturenplan nicht klappt, dann kann man sich damit ein bisschen stabilisieren. Dann haben wir hier noch den Time Twister und Time Spiral. Wenn man keine Karten mehr in der Hand hat, muss man natürlich aufpassen, dass man den Gegnern nicht zu viel hilft. Aber es ist so ein bisschen Pseudo-Friedhoof-Removal gleich noch mit drin bei Time Spiral und bei Time Twister. Und man kann also, wenn man gar keine Chance hat, wenigstens wieder eine Chance bekommen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, sehr, sehr viel Mana anzuhäufen. Und in solchen Fällen kann man dann mit Time Twister und Time Spiral oft dann schon in eine Kombo gehen. Oder manchmal ist man auch in solchen Endlos-Loops, da kann man mit dem Time Twister auch die ganze Bibliothek mehrmals ausspielen. Dann haben wir hier noch die Tutoren, um euch zu helfen, wenn also eine bestimmte Karte noch euch fehlt. Ich zeige euch da gleich auch noch mehr, die euren Kombos helfen. Haben wir hier vor allem Kreatorentutoren. Der Ranger Captain of Eos hilft euch auch, um in einem kritischen Zug zum Beispiel die Counterspells vom Gegner abzustoppen und zu verhindern oder die Ward Vibes. Und mit Enlightened Tutor könnt ihr euch auch praktische Karten, die ja also Artefakte und Verzauberungen noch raussuchen. So, dann gucken wir uns an, wie wir den eigentlich gewinnen. Wir haben jetzt hoffentlich irgendwie das mal geschafft. Wir haben die Gegner vom Gewinnen gestoppt. Wir haben selber ein bisschen Vorteile aufgebaut. Aber wie machen wir den Sack zu? Wie gewinnen wir jetzt? Eine Möglichkeit ist einfach über Kampfschaden. Da habt ihr jetzt auch viele Optionen. Ihr könnt auch sagen, ich will nur Kombo spielen, aber ich habe gerne auch ein paar Kampfschadenoptionen. Wir haben einerseits Ele Schnorn. Da könnt ihr also die vielen Mana Dogs nochmal gewinnbringend anbringen. Dann habt ihr die Mirror Entity. Die kann man ja für Kombos benutzen. Aber wenn man keine Kombo damit hat, aber viele Mana und viele Mana Dogs, kann man also auch so nochmal gewinnen. Und ich persönlich spiele immer noch gern den Emrakul The Promised End. Denn der zerstört sehr oft einen Spieler. Also bei uns passiert es eigentlich sehr, sehr häufig, dass jemand eine Necropotenz hat oder tutoren kann. Und dann kann man den direkt mit dem Emrakul besiegen. Er kostet ja meistens auch einiges weniger als 13. Und man bekommt durch den Schulden hoffentlich auch einiges an Mana. Selbst wenn es irgendwann gestoppt wird, hat man ja immer noch die Länder im Spiel zusätzlich. Ja, dann haben wir hier Kombos im Deck. Wir haben zum Beispiel Cloudstone Curio. Das ist sehr, sehr leicht zu enablen. Denn ihr braucht eigentlich nur zwei Ein-Manner-Kreaturen und zwei Länder. Und dann könnt ihr immer, also Land und Kreatur im Spiel, Land und Kreatur auf der Hand. Das Mirror Folk ist jetzt nur als Beispiel, um mich zu zeigen, dass es eigentlich egal ist, welche Fähigkeiten ihr das habt. Ihr könnt also die Kreatur spielen. Und dann nehmt ihr eine Kreatur auf die Hand. Und dann bringt ihr ein Land auf die Hand. Und dann bringt ihr das Land wieder ins Spiel. Und damit könnt ihr dann durch unsere ganze Bibliothek ziehen. Dann haben wir hier Alluren. Das gewinnt zum Beispiel mit der Galärenqualle oder dem Freaking Drake. Da könnt ihr also einfach die Kreatur mit Schulden im Spiel einfach immer ausspielen und wieder auf die Hand nehmen. Und ihr bekommt jedes Mal den Trigger und könnt euch durch euer Deck ziehen. Dann haben wir hier Intruder Alarm. Da braucht ihr einfach nur genug Mana, um die Schuldenfähigkeit auszulösen. Kostet 3 und dann nochmal so viel, wie die Kreatur kostet. Zum Beispiel in dem Fall hier, wenn eine Kreatur die 1 kostet, das mehr folgt. Da bräuchten wir also 4 Mana. Und dann könnten wir auch hier wieder unbegrenzt viele Activations bekommen. Und dann haben wir hier noch Yisan. Damit kann man die folgende Kombo zusammenbasteln. Die könnt ihr natürlich auch einfach so zusammenbauen. Die kennt ihr vielleicht aus Elfen Decks. Ihr habt hier Viable, Symbiote, Priest of Titania und Mirror Entity. Viable Symbiote kann nur Elfen auf die Hand nehmen, nicht sich selbst. Allerdings gibt es die Fähigkeit von Mirror Entity, dass alle Kreaturen, alle Kreaturentypen bekommen. Ihr müsst also nur die Mirror Entity für 1 benutzen. Für 0 geht nicht, dann sterben die alle. Dann habt ihr mehrere Elfen im Spiel. Das heißt, Priest of Titania gibt euch sehr viel Mana. Und dann kann der Viable Symbiote sich selbst auf die Hand nehmen, um die Priesterin von Titania wieder zu enttappen. Und dann könnt ihr den, weil er jetzt ein Elf ist, und dann könnt ihr den wieder ausspielen. Dann habt ihr auch so eine Endlos-Kombo. Ja, das war es schon zum Deck. Ich habe es versucht, kurz und knackig zu machen. Schreibt euch mal, wie es euch gefallen hat, was eure eigenen Anpassungen sind oder eure eigenen Erfahrungen mit Schulden. Bis dann, bis zum nächsten Mal.